ganz normale wetnis wunderschön oder bundel situational alle und die dauern hallo und er diskutieren 2 an etwas anderen komisch aufnahme und heute wollen wir hier diese ganze was ich kann sie noch mal sagen die ganze timolia map abbauen und dann werden wir unsere eigene burg da bauen mit diesen sachen hier und dann bekriegen wir uns mit einem diamantschwert mit einem labereimer mit einer tierrüstung und ich glaube das ist wirklich cool und ich will richtig glaubt und ich würde sagen hier ist meine seite die ich abbaue also nein wir bauen jetzt einfach erst mal ab würdet ihr gern in diesem haus wohnen also hier seht ihr noch mal so schaut es normal aus und so schaut es jetzt aus johle ich glaube ich muss nur ganz gut also hier ganz normal ist wunderschön oder ja wunderschön einfach nur toll hoch wo sie eine hälfte entlang das tut die Schöne echt krass aus ja ich hab die abgeboten haben ohne TNT oder irgendwas hat schon die Hälfte abgebaut also nicht ganz aber fast und wir werden alle filmen und es war knapp die Zeit geäupt und es war knapp die Zeit geäupt hallo leute ich hoffe ihr seid genauso gehypt wie ich schaut euch das mal an die komplette Map ist ein bisschen zu dumm äh die komplette Map ist weg ich geh mal ein bisschen rum hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert ja eventuell zweieinhalb Stunden aber gut wir werden jetzt noch jeder 15 Minuten Zeit kriegen um so ein eigenes kleines Haus zu bauen in der Burg und dann bekriegen wir uns bis dahin Ciao ja Leute hallo und herzlich willkommen zurück vom Bau äh ihr seht hier schon meine Burg schaut irgendwie aus wie irgendwas wie du jetzt wirst du einfach was da eigentlich ausschaut pfff mir auf jeden Fall nicht oh lol was ist denn das schaut das etwas auf ne 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 ok dann würde ich sagen ja wir schauen uns jetzt erstmal die Burg ähm von ihm an und dann meine Burg hier sieht man sie schon mal und jeder darf ein Teil zeigen wo man nicht rein darf also komm mal mit komm komm du kannst ein Teil zeigen den du zeigen willst wixen warum also du hast hier mal ein Labyrinth gebaut ein unglaublich schweres hier ist mein Teil wo man nicht rein darf ok da darfst du rein aber Moment ich muss hier noch eine Ausgabe also wie rein darf hier darf man nicht rein also da kann man sich verstecken oder wie ja genau du musst draußen bleiben ok du Arsch Alter hör auf ja du stirbst eh nicht an einem Schlag ja ok dann gehen wir mal zu meinem Haus kommit ich hoffe dann eigentlich Blöcke abbauen kommit kommit gar keine ja nicht was eigentlich Grunde gegeben ist also hier haben wir erstmal solche naja wo man sich hier so verstecken kann und bla 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 dann geht es hier in die Burg rein wunderschöne Burg weil aber waren halt mehrere Eingänge wir gehen hier der geht schneller ok dann gehen wir hier hin hier hin und ähm dann kannst du hier hingehen Alter wie das ist sozial dann kannst du hier weiter hingehen ich werde auf jeden Fall nicht angreifen dann kannst du hier weiter gehen und hier darfst du nicht rein also doch hier darfst du schon noch weiter rein ja nur hier darfst du nicht rein hier darfst du nicht weiter ja ja ich schau nochmal wie es ausschaut hier darfst du nicht weiter ok oh jetzt überlebe ich das uuuuh wie im Herzen ähm viereinhalb ja ok dann würde ich sagen du gehst zu deiner Burg und ich geh zu meiner Burg mhm geh mal los wenn wir das zu sagen geht's los oh mein Gott sobald ich früh bin ich würd sagen ok dann bis gleich weg ja ich kann hier nicht mehr rauf ja darf man den Mittel der wohl noch verwenden ja eh aber ich darf hier gar nicht mehr ich kann hier gar nicht mehr rauf gehen dann bau dich halt drauf wie ohne Blöcke würde ich irgendeine Blöcke benutzen ne ist seit wann oah ja egal ist doch spannender wenn man ein paar Blöcke verwenden darf ja ok ja ok mach alter echt soll doch nicht du den Homma scheiße ja jetzt habe ich meine Burg wieder ja das Problem ist ich hab dich gesehen bist du zu dir hingesprungen hehehe den Fäschern bekommen erstmal regenerieren hier dürftest du mich wieder schlagen aber du musst halt außen rumlaufen hehehe 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 das ist so schön oh da geht sie gar nicht rein oh mein Gott das ist nicht mehr hehehe 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 alter nein oh mein Gott hehehe 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 hehehe